Also, hier haben wir diesmal hier. Ein ganzes Jahr. Das passt bis... Okay, das passt auch. Arbeit, ein Jahr. Wunderbar. Weiblich. H6-XBO-TS-R999. Okay. 82, 8er, 12. Das passt auch noch. Von Repubin. Na toll. Dafür gibt es mal wieder kein Geld. Das passt. Okay. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Ich lasse sie einreißen. Und viel Spaß. Ja, und für die gibt es jetzt alle kein Geld mehr, weil ich zu lange gebraucht habe. So. Okay. Also. Adroska. Das ist der Ausweis, okay. Das stimmt ja gerade nicht. Und da überein, oder? Da gibt es... Hm. Okay, Moment. Lass das. 83. Achso, das Distrikt ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Also ich schaue mal. Ostgretien meint er herzukommen. Ah, so Distrikte gibt es hier. Okay, das scheint alles zu stimmen. Aber ich hatte bis jetzt glücklicherweise... Also ich kann ihn bis jetzt leider noch nicht verhören. Kann ich ihn deswegen irgendwie verhören? Nee. Okay. Aber ich kann ihn zumindest nicht erlauben einzureißen. Das wäre doch schon mal was. Gefangenen kann ich ihn leider nicht, da ich da keine Diskrepanz finde. Und tschüss. Nichts da. Und dafür gibt es ein böses Fach. Quacks. Verwarnung, kein Bußgeld. Ich hoffe, das war gut eingesetzt. Transit. Einige Tage. Transit, zwei Tage. Ja. Das passt auch. Patrizia Samiskova. Hm, keine Ahnung. Samiska. Samiska. Das passt. Ja, das kommt auch in etwa hin. Wobei, das lasse ich vielleicht einfach mal noch überprüfen. Gut. Okay. Ich kann mir jetzt Zeit lassen. 9, 3, K, A, W. Mir fällt aber immer noch nichts Lustiges zum Sagen ein. Schade aber auch. Das passt. Das ist wieder aus Rede. 84, passt. Ja, das Alter könnt. Keine Ahnung. Ja, also. Vereinigte Föderation. Und dann aus Sikleton. Okay. Also. Du darfst einreisen. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Also, das war. Das will sie nicht. Ah, mein böses Wachs. Nur zu Besuch. Dauert es auch in den Hals. 14 Tage. 14 Tage Besuch. Das passt. Kari. Der Roska. Das passt auch. Also. Ablaufdatum. Erst 84. Das ist gut. Bis zum 17. 12. Das passt auch. Okay. In Chloetien. Ihr könnt mal gerne schreiben, wie man es richtig ausspricht. Aussprechen würde. Westchristin. Das sieht auch gut aus. Ist das Gesicht richtig? Computer meint ja. Also. Alles gut. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal für die Rechnung reicht. Garantiert nicht für alles. Einwandern. Okay. Das könnte hinkommen. Ich lasse auch erst 83 ab. Was passiert jetzt? Für Kollegen. Ach du Scheiße. Selbstverwarten Täter. 4 redet kein Grundrecht. 4 redet kein Grundrecht. Ich habe noch 5 übrig. Es reicht gerade mal wieder so für die Miete. Was wäre denn das hier? Also ich überlege, ob ich jetzt Medizin für einen von den 4 hole oder ob ich meine Kabine verbessere und hoffe, dass ich dann mehr Geld verdiene. Dass es dann für mehr reicht am nächsten Tag. Also ich probiere die Variante, mehr Geld zu verdienen. Und ich hoffe, das klappt irgendwie. Wieder Angriff auf Grenzübergang. Christine. Selbstverwarten Täter überwindet Sicherheitskontrollen. Clubtänzerin in Christine tot aufgefunden. Na toll. Das hat also nichts geholfen. Aber ich habe ihn noch abgewiesen. Scheiße. 29. November 82. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscan-System in ihrer Kabine installiert. Kollegische Extremisten stehen in Verdacht für den Bombenanschlag vom gestrigen Tag verantwortlich zu sein. Durchsuchen Sie an allen Kollegen, bevor Sie deren Einreise genehmigen. Durchsuchen Sie alle. Okay. Mal gucken, wie das funktioniert. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich durchsuchen kann. Naja, vielleicht ergibt sich das ja. Also die Sache zieht schon an. Da wird irgendwas installiert in meiner Kabine. Besuch Verwandte. Ähm, ich zeige mir gerade nochmal die Grundvorschriftchen. Alle Kollegen. Das gehört, wisst sie, glaube ich. Ja, genau. Also. Wie lange bleibt sie? Einige Wochen. Zwei Wochen, das passt. Besuch. Also. EF, SGU, CE, JVH, Lea, Elson, Nova. Okay. Ich muss dich irgendwie durchsuchen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Verhören. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Ah, da ist irgendwas mit Scanner. Schauen Sie in Richtung Scanner. Also, sieht man nichts. Okay. Okay. Nichts. Das ist alles in Ordnung. Das brauchen wir nicht mehr. Gut. Also. Aus Kollegien. Karte der Region. Kollegien. Okay, das passt. Das ist nicht abgelaufen. Das ist auch nicht abgelaufen. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe garantiert irgendwas übersehen, aber fällt mir gerade nicht ein, deswegen genehme ich. Das ist nicht abgelaufen. Das ist nicht abgelaufen. Machen Sie keinen Ärger. Bitte, bitte, bitte. Bis jetzt noch kein Fax. Das ist gut. Papiere, bitte. Okay. Die sieht seltsam aus. Was haben wir hier? Das ist der Ausweis. Okay. Malhof Tessa. Das passt. Geboren 93. 17. 9. Größe. Steht nicht drauf. Gewicht. 65 Kilogramm. Das bringt natürlich wahnsinnig vieles Gewicht hier reinzuschreiben. Okay. Das sieht gut aus. 84. Das sieht auch gut aus. Achso. Warte mal. Da war doch noch was mit. Distrikt. Okay. Ähm. Karte der Region. Hier. Das passt. Und was steht hier? Das passt auch. Wunderbar. Darf einreisen. Das ist fast komplizierter, wenn sie von hier sind. Gut. Äh. Das passt hinten und vorne nicht. Also. Was sagst du dazu? Ich habe mich gerade gut unterhalten. Finger. Äh. Gehalten. Mikael. Sam. 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 Ratoff. Okay. Äh. Das ist doof. Aber. Äh. Na. Lass mal sehen. Desplikats. Okay. Und so weiter. Nein. Alpenor wegen die Bitten nicht. Gehalten. Äh. Einfach so festgenommen. Ich habe keine Ahnung. Das werde ich garantiert auch nicht mehr sehen. Das passt diesmal das Gesicht. Äh. Äh. Astorca. Der Name stimmt. Geburtsdatum auch. Größe. Achso. Warte mal. Da ist doch was. 104. Ja. Ohne Hut kann das passen. Gewicht. 82 Kilogramm. Das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Hier die Skala. Okay. Äh. Nicht lange rumlabern. Äh. Das passt auch alles. Das passt. Das passt. Das passt. Also ne. Das muss ich auch noch gucken. Äh. Ok. Irgendwas. Das passt. Gut. Und hier. Ähm. Orwäsch. Das passt auch. Also. Das muss ich ja noch genehmigen. Willkommen daheim. Es tut mir leid, dass du schon wieder hier sein musst. Nächster bitte. Was? Unglühle, das Geschlecht? Wollt ihr mich verarschen? Standardmännlich. Ich okay. Ach, verdammt. Darauf habe ich nicht geachtet. Das stimmt. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was er gesagt hat. Acht Wochen Besuch. Okay. Besuch. Zwei Monate. Das passt also. Äh. Hier. Das passt aber nicht. Ja. Keine Übereinstimmung. Okay. Das hat... Na, komm. Geh weg. Dann tun wir einfach ablehnen, wenn ich da nichts verhören kann. Und tschüss. Und der nächste, bitte. Und der nächste, bitte. Zweck der Reise. Transierverkehr. Aufenthalt. Einige Wochen. 14 Tage. Transit. Okay. Einreise 82, aber 12. Das passt. Dann brauche ich den Ausweis. Das passt. Der Name. N-L-O-P-T-H-M-E-1. Okay. Gut. Das passt. Das heißt, ich mache hier weiter aus Kollegen. Oh, Kollegen. Da muss ich also... Wo ist das? Grundvorschriften hier. Durchsuchung und so weiter. Scan. Das geht immer so lange, aber den Laster kann ich hier weiter kontrollieren. K-Direktion. Kollegien. Redo, das passt. Das passt auch. Da ist nichts. Oh, okay. Ja, äh, okay. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber ich werde mal sagen... Ich brauche den Ausweis. Der wird abgelehnt. Das hat zwar gar nicht gereicht. Okay, jetzt gibt es kein Geld mehr. Und für den hat es gerade so nicht gereicht. Also, ich muss den nächsten holen. Tschö, Gott. Ja, jetzt haben wir ja Zeit. Das kommt hin. Dann kann man hier direkt mal... ...diskriminieren und so weiter. Äh, Grundvorschriften. Routine-mäßige Durchsuchung. So. Da haben wir nichts. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es reicht, um das Ganze abzukürzen. Keine Waffen oder Schmugglergut. Das war das. Ah, kann ich das Bild bitte nochmal haben? Jetzt kann ich verhören. Okay. Oh. Da habe ich mich bestechen lassen können. Schade aber auch. Ich habe da ja noch was... ...noch was frei. Okay. Dann habe ich mich eigentlich ja nochmal bestochen. Das nächste Mal höre ich das Gespräch zu Ende an. Erinnere. 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 Okay. Ein Monat. Äh, Zweck des Besuchs war... Besuch. Okay. Zweck des Besuchs, Besuch. Äh, Zweck, Besuch, ein Monat. Das passt. Einreise bis 10.12. Das ist auch noch ganz gut. Ähm, hier die Nummer. 30.3 DM. Ähm, das passt auch. Okay. Gut, das Siegel passt auch. Nur... Warte, wo ist das hier? Hamlen. Okay. Das passt also. Aus Antigrien. Das haben wir hier. Groß, Große. Okay. Nicht glaub. Ja, männlich ist er. Das wollte ich nicht wieder vergessen zu überprüfen. Ich finde nichts, warum das nicht passen sollte. Hier. Hier. Ich habe jetzt total vergessen, auf die Uhr zu gucken. Was, was, was? Ablaufdatum. Ablaufdatum. Scheiße. Ähm. Ah ja, da ist der Ausweis. Gut, lass mal sehen. Größe 1,80. Ja. Abgewicht. 75 Kilo. Ja. Geboren. Das passt auch. Viktora Adamsen. Okay. Was stand hier? Nix. Also, das brauche ich jetzt auch nochmal kurz, wegen Astrosa und so weiter. Kale der Region. Okay. Burnton-Distrikt. Das passt. Das passt. Und ausgestellt in Orbech. Das passt auch. Und ausgestellt in Orbech. Ablaufdatum passt auch. Gut. Also, ich muss da ja noch einen Stempel draufdrücken, irgendwie. Und zwar der Richtigen, den Grünen. Tschüss. Das war der Letzte. Ich hätte mich bestechen lassen können. Sehr kranke Familie mit Bier sterben. Ohne Medikamente. Ich kann mir ja noch nicht mal Nahrung leisten. Soll ich mir da Medikamente leisten können? Scheiße. Sehr krank, sehr krank, sehr krank. Also, bis auf die Frau, sehr krank. Oh. Okay. Also, ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt verabschieden muss oder nicht. Also, falls ich die Frage hier beende, bis dann bin ich, kommen wir mal weiter. Und falls ich sie nicht beendet habe, wir kommen zurück. Also, ich lege mich schlafen und gucke, ob ich... Ihre ganze Familie ist verstorben. Erstens, jetzt sage ich, ich beende nicht. Der Fokus des Ministeriums für Arbeit liegt auf Astokas zukünftiges Wachstum. Arbeiter haben gesunde Großfamilien zu ernähren. Ja, dann sollten wir vielleicht genug Geld dafür bezahlen. In der Position wird jemand zugewiesen, der sie besser ausfüllen kann. Es lebe Atotzka. Okay, also, da ich es gerade nicht geschafft habe... Ach, scheiße, alle tot. Schreiben wir bitte mal in die Kommentare, ob ich das Spiel ja weiterverfolgen soll oder nicht. Vielleicht schaue ich mich ja etwas besser an beim nächsten Versuch. Also, fragt gerne rein und dann viel Spaß beim Wolfhund. Bis gut.